hallo da sind wir schon wieder in hatthorf im kompetenzzentrum borer das hatte ich euch schon mal vorgestellt stellt euch vor ich könnte jonglieren kann ich aber nicht deswegen halte ich das lieber hier fest sonst liegt es unten was hat das auf sich wir haben die möglichkeit in eurer küche mit einem borer auch verschiedene farbtupfer ja also ihr könnt eure stimmungsschwankungen zum ausdruck bringen es gibt zig verschiedene farben für diese einström düse wo gibt es das hier bei uns in hatthorf alles in live in echt zum anfassen ich freue mich auch auf das nächste video hier in hatthorf